In einem Bereich, wo ich gesagt habe, da kommt eh nichts mehr, weil es bestimmt ausgebackert war. Na ja, call me Mr. Fiebel, das ist eine Fiebel, jetzt ist die Frage, ist sie römisch oder gar keltisch, das weiß ich nicht, vom Muster her, kann ich es nicht sagen. Ja, lassen wir bestimmen, freut sich Dr. L. Sehr, sehr schön, kann vielleicht sogar jünger sein, na, schauen wir es mal, vielleicht ist es nur mittelbalter, kann natürlich auch sein. Was ist da, die Ornamente, wer weiß, ja, hat das Landesamtplatz zu tun und ich habe eine mehr, das ist ja wirklich schön. Cool, eine Fiebel, auf alle Fälle alt, ja, schön. Schauen wir uns mal das Baby an. Was haben wir denn da und ich kann es euch genau sagen, weil ich habe nämlich die Bestimmung vom Landesamt schon da. Ich lese das einfach mal vor. Durchbrochen gearbeitete Scheibenfäbel aus Brosse im Zierfeld, eine Triskele, Nadelkonstruktion und Nadelhalterferen. Also, zweites bis drittes Jahrhundert, also, ja, römisch, spätrömisch, wie man es nennen will. Ja, Triskele, das ist quasi hier diese Musterung, kennt man, immer wieder meinen Wappen sieht man das. Die hat also hier sogar noch so Ornamente mit drauf, das ganze Ding ist gegossen, Bronze, ich drehe es mal um. Ja, leider keine Nadel mehr drauf, aber mein Gott, damit kann ich jetzt wunderbar leben. So sieht dieses Dingelin aus. Ja, wunderschönes Stück, ist auch selten, also man sieht jetzt, ich habe auch keine vergleichbaren Fiebeln, gefunden, auch nicht in der englischen Datenbank, und, ja, wirklich feine Sache, natürlich so ein bisschen keltisch angehaucht, da haben die das immer mal wieder übernommen, ja, genau, eine Scheibenfäle Fiebeln mit Triskele. Unverhofft, kommt auf's. Fiebeln Nummer zwei. Ja, oberflächlich gelegen, nur so ein bisschen in Dreck drin hat. Au, 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 au. Schaut sich das an, da ist sogar noch der Glanz drauf. Das ist jetzt silbert, versilbert. Können die das schon können. Eindeutiger Kniefiebel, römisch. Der Rest, das ist die Dornrast. Die Dorn selber fehlt, natürlich auch mit der Spirale. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja, doch das bessere Feld, möchtest du nicht glauben. Super, einmal Kniefiebel, römisch. Eine Kniefiebel, römisch, das erkennt man sofort, aber man sieht, da glänzt was. Ich dachte, es wäre Silber, warum, weil es, was sollte sonst so lang so schön glänzen? Ja, ich habe mich auch getäuscht, und das erste war der Rino aus dem Sondelfreunde-Forum, der hat dann gesagt, nee, nee, das ist Zinn. Ich kann es eigentlich immer noch nicht glauben, dass Zinn so lang hält, aber scheinbar tut es das. Denn, so wurde die auch bestimmt. Als Kniefiebel mit rechteckiger Kopfplatte aus Verzinterbrose, tralalalala. Zweites bis drittes Jahrhundert. Ja, auch schon bei einer eckige Kopfplatte, alles ist da. Die Rast natürlich ein bisschen beschädigt, wie das immer ist bei denen. Ja, auch eine schöne Sache. Ja. Ist natürlich sehr cool, dass sowas so lang hält, man möchte es nicht glauben. Ja, eine Kniefiebel. Was er ein bisschen sauber gemacht hat, hat aber nicht viel geholfen. Ja, er sieht handgemacht aus, gegossen. Hohnackelig scharf, das kann also ohne weiteres älter sein, aber, ups, jetzt ist die Frage, warum dreht sich es nicht um, nein, wie alt oder was ist das? Das ist eine durchaus akzeptable Frage. Ich dachte erst, es wäre eine Fiebel, kann auch immer eine sein. Aber was? Tja, gute Frage. Na, sowas ist mir noch nicht unterkommen, ich kenne es auch nicht sonst irgendwo her. Aber ich mache es schön sauber und dann blende ich es euch ein. Und dann sehen wir weiter. Ein etwas älteres Irgendwas. Cool. Das ist ein Teil eines römischen Zaumzeuges. Ja, das war jetzt nicht einfach zu bestimmen. Ich muss auch da quasi Mitglieder von meiner Facebook-Gruppe danken. Die haben das so halbwegs mitbestimmt. Und ich habe es dann auch in der englischen Datenbank gefunden, auf fines.org.com. Ich blende euch den Link oder ich schreibe unten einen Link rein. Da könnt ihr es euch anschauen. Also es ist die Datenbank für englische Funde. Und da kann man sowas wunderbar finden. Das Problem ist oftmals nur, wie heißt der Fund auf Englisch. Und da was suche ich da. Da muss man ein bisschen tüfteln, bis man es richtig heraus hat. Was ist jetzt das Besondere? Im ersten Moment habe ich auch nicht gewusst, was es ist. Ich hätte es jetzt eher auf Richtung Fibel getan. Aber für eine Fibel zwei Ösen hinten, das ist ungewöhnlich bis selten. Da muss ich sagen, das ist das, was mir am meisten Zeit gekostet hat. Aber die Bestimmung in dem Sinn ist richtig, weil es eigentlich nur Sinn gibt, dass das Außen als Zierwerk am Pferdegeschirr war. Wie man jetzt hier sehen kann. Es ist außen zwar extrem massiv, also es könnte auch jetzt auf einer Uniform gewesen sein im ersten Moment, aber dafür sind die Ösen hier zu mickrig und zu filigran. Also hier der Bereich hier, die Ansätze sind zu filigran. Was man schön sehen kann übrigens, ist auch die Patina. Also die ist richtig alt. Das ist auch wirklich toll. Was man auch sehen kann, dass hier natürlich jetzt keine Riemen durchgegangen sind, sondern richtig Riemen, also keine Schnüre, sondern Riemen durchgegangen. Deshalb auch hier diese Halbkreisform. Und hier unten, da kann man es gut sehen, da ist das auch so richtig frei gearbeitet worden, dass halt die Riemen hier durchpassen. Ja genau, so sieht das aus. Eine wunderschöne Sache, gibt es nicht oft. Also ich habe da so keine vergleichbaren Stücke bei uns gefunden. Wie gesagt, nur in der englischen Datenbank. Sieht also wirklich toll aus. Ja, schöner römischer Fund. Vielleicht ein bisschen mehr Verzierung wäre schön gewesen, aber ich denke mal, das ist eher ein Gebrauchsgegenstand gewesen. Also ein leichter Zierrad halt. Ja, ich denke, dass die Bestimmung schon richtig ist. Falls nicht, würden Sie es schon sagen, im Landesamt. Genau. Das wäre der Fund hier. Einmal, ja, Zaumzeug, Zierwerk. Je später der Abend, desto geiler die Fund. So, auf das habe ich jetzt nicht gehofft, eher auf römisch, aber zur Not nehme ich auch Mittelalter. Wie geil ist das denn? Eine Mittelalter-Münze. Ja, leicht angefressen, ganz klar. Das ist ein Industrieacker. Wie geil ist das denn? Ich erkenne es jetzt momentan nicht. Ich bin auch kein Experte dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei uns sind es meistens alle aus Regensburg. Bei dem kann ich es jetzt leider nicht sagen. Sehr, sehr geil. Ja, das macht mir mehr Spaß als jede römische Münze. Geil. Einmal Silber aus dem Mittelalter. Unglaublich. Cool. Mache ich vorsichtig sauber und dann blende ich es ein. Neuer Tag, neuer Fund, ein silberner Heiligen-Anhänger, das sind auch selten. Hinten, das sieht nach Altötting aus. Und das sagt mir jetzt gerade nichts, aber was hat er denn in der Hand? Kreuz. Dann, na, was wird das sein, irgendein Palmbosch? Ne, das lässt sich rausfinden, wer das mal war. Ja, einmal Silber. Da haben wir einen silbernen Heiligen-Anhänger und ja, da habe ich eine Sekunde gebraucht, weil die kannte ich noch nicht, das ist nämlich eine Nepomox-Zunge. Man sieht, das ist hier eine Palme, das ist das Zeichen für ein Märtyrer-Kreuz. Ja, und Zungenform bleibt nur ein Nepomox übrig. Und hinten eine Mariendarstellung mit Kind. Und das ist wahrscheinlich aus Mariazell, österreichischer Wallfahrtsort. Und das ganze Ding ist aus Silber, ja, recht schön gefertigt. Schöne Sache. Jetzt ist die Frage. Ich sage es euch, wie ich denke. Porno oder nicht Porno? Das ist die Frage. Ist das eine Gewandnadel oder ist das Stricknadel von der Bayern? Ich weiß es nicht. Was ich glaube zu hoffen, das wisst ihr. Ich kann es nicht sagen. Es geht ins Landesamt. Einmal, dann ist es auf. Und jetzt zeige ich euch erstmal, um was es sich da gedreht hat. Jetzt möchte ich das bloß schauen, dass ich es in meiner Lichtbox also hinbekomme, wie ich mir das vorstelle. Ja. Was ist jetzt das? Ich hätte es erst gedacht, ja, römisch, klar, weil so viele römische Sachen da rumliegen. Aber da habe ich mich getäuscht. Es ist besser. Und zwar, es ist eine Gewand- oder Haarnadel mit stempelförmigem Kopf. Trifft es ziemlich. Datierung, mittlere Brosezeit, also weit vor den Römern und letztendlich heißt es, dass diese Nadel ungefähr 3500 Jahre alt ist. Ja. Das ist natürlich noch mal ganz so eine andere Nummer. Und da freue ich mich natürlich extremst, ja, es ist wirklich so, natürlich vom Pflug erwischt, aber noch in einem recht guten Zustand und sehenswert. Na ja. Mal sehen, ob es das Erdinger-Basirum haben will, da muss man natürlich verhandeln und von meiner Seite ist alles gemacht, gemeldet, eingemessen und so weiter. Ja. Einmal eine Haarnadel aus der mittleren Brosezeit. Und es geht dahin. Eine römische Fiebel. Jo. Da ist noch die Rast zu sehen. Äh, natürlich Dorn ist nichts mehr da. Sehen wir mal das Baby. Wie, ja, so ein bisschen wie eine Trompeten-Fiebel sieht es ja aus. Man sieht so ein bisschen die, die Anklänge. Na ja, kann auch quasi versucht sein, nachgebaut so gewesen zu sein von irgendwelchen lokalen Künstlern, die da nicht ganz so bewandert waren, weil von der Verarbeitung her ist ja jetzt nicht zu vergleichen mit den anderen Pillen, was ich habe. Aber man sieht ungefähr, ja, den Ursprung. Geht ins Landesamt, auf alle Fälle. Da bin ich nämlich selber gespannt drauf, wie oder was das ist. Aber ich denke mal, ich liege mit meiner Bestimmung gar nicht so weit weg. Ja. Eine römische Fiebel. Call me Mr. Fiebel. Was haben wir denn da? Ja, eine Fiebel ist auf alle Fälle. Und das war auch schon oder ist auch schon gemeldet worden im Landesamt. Und da lag ich auch richtig mit meiner ersten Bestimmung. Fast richtig, sagen wir mal so. Das ist eine durchbrochen gearbeitete Scheibenfiebel. Okay, gut. Kopferligierung. Ja, das kann ich auch sagen. So ununterkranzt, wie das ist. Äh, Fischblasenornamentik. Mhm. Okay. Ich jetzt eher in Richtung Trompeten. Äh, weil das sind ja diese klassischen Trompetenformen. Aber gut, wenn das Fischblase ist, dann soll es Fischblase sein. Ich bin kein Experte. Und Alter zweites, drittes Jahrhundert nach Christus. Ja. Auch gute 1.700 Jahre alt. Immerhin. Schöne Sache. Ja, ich freue mich echt. Und das ist natürlich wieder ein weiteres Highlight in meiner Sammlung. Mal schauen, ob es das erdige Museum haben will. Dann kriegst du die. Ja. Eine Scheibenfiebel. Die Würfel sind gefallen. Der Würfel ist gefallen. Einen Bleiwürfel habe ich da. Und das Besondere? Er hat sieben Seiten. Oder sieben Augen. Ja. Ja, so kann man auch bescheißen. Ich habe einen Siebener-Gegafit. Tja. Fünf. Null. Fragezeichen. Vier. Ja. Muss keiner kapieren. Die gab es relativ lang. Aber sind auch relativ alt. Genau. Also ich habe mal die jetzt schon im Römischen gegeben. Ich denke mal im Mittelalter wird es die auch gegeben haben. Aber irgendwann haben sie mir gleich aufgehört. Na. Schauen wir mal, ob wir das Ding zum Bestimmen kriegen. Einmal der siebenseitige Würfel. Ja. Einen Lärm muss ich entschuldigen. Ich bin zu nah einer Trockensanlage. Da haben wir einen Sumpfgürtel. Ja. Oben ist die Mauderkelle. Unten Zirkel, Winkel und was auch immer. Und damit kann man oben hier die Bierflaschen aufmachen. Ach nein, Schwan. Das ist so ein Krampf. Äh. Wie komme ich noch auf sowas? Naja. Also ich denke jetzt irgendein Sumpfgürtel irgendwas. Irgendwie. Ja. Alter. Schwierig zu sagen. Ha. Gute Frage. Wer es weiß, schreibt es rein. Jetzt habe ich mal die Gürtel schneidet. Ich denke mal es ist eine. Sauber gemacht. Und jetzt schauen wir mal, ob man das auch richtig erkennen kann hier. Also. Wir haben das klassische Maurerzeichen. Und wir haben einen Löwen. Ja. So vom Ductus. Von der Art her. Wie das graviert ist. Ähnlich wie bei den Knöpfen, die man immer wieder mal findet. Ja. Also schon. Handwerklich. Ich gehe mal näher ein bisschen. Ja genau. Kann man es gut sehen. Handwerklich. Handwerklich. Und auch künstlerisch. Eigentlich sehr gut gemacht. Man kann also nichts dagegen sagen. Also auch die Feinheiten. Irgend beim Zirkel und so weiter. Wie das Scharnier. Sehr, sehr schön. Was es genau war. Ja. Ich denke es war Gürtelschnalle. Wenn es einer denn besser weiß. Dann soll er es mir sagen. Weil Informationen findet man da keine im Netz. Ja. Eine Gürtelschnalle. So lala. Jetzt hat mich langsam der Dampf hier verlassen. Ich wollte eigentlich schon Richtung Auto gehen. Moralisch war ich am Boden. Keine Ahnung. Es ist eigentlich zu kalt. Aber wie es immer ist. In dem Moment. Kommt was Gescheites. Eine römische Silbermünze. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Das ist mein erster römischer Silberling. Was es genau ist weiß ich nicht. Lässt sich aber alles feststellen. Sehr, sehr geil. Wahnsinn. Ja. Da haben wir was zum herzeigen. Sehr geil. Einmal. Römischer Silber. Einmal. Römischer Silber. Frisch vom Feld. Dank. Also willkommen in meiner Lichtbox. Und wie immer gute Funde werden von Hand präsentiert. Ja. Das sollte doch ein guter Fund sein. Ja. Was habe ich da? Ein Dinar. Antonius Pius. Und die ist in Rom geprägt. Und zwar gab es die 148, 149 nach Christus. Also ist 1800 Jahre alt. Ja. Feine Sache. Ich drehe es einmal um. Ja. Also so. Es ist auch ein relativ seltener Fund. Ja. Das muss man richtig machen. So. Genau. So sieht die aus. Freunde der Kaiser. Gucken glaube ich diese Siegesfigur. Siegesgötter. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich bin jetzt auch kein Experte. Ich gebe es offen zu. Da müsste die Kölner Sondler fragen. Die kennen sich da ein bisschen besser aus. Wenn es um Römer geht. Da sind wir in Bayern ein bisschen sagen wir mal mager ausgestattet. Ja. Komplettes Silber. Nicht gereinigt. Das heißt die ist nur sauber gemacht worden mit Wasser. Mehr nicht. Das ist natürlich auch ein sehr gutes Silber. Man sieht es. Es sind also nur wenig Einschlüsse. Und ich denke das bleibt auch so. Genau. Dank geht an Lino. Von dem Sondelfreunde.com Forum. Er hat die auch mir gleich kurzerhand identifiziert. Ich hätte da länger gebraucht. Ja. Aber so gut wie jetzt der selber nicht beinahmt ist. Hätte ich es wahrscheinlich auch noch zusammen gebracht. Ja. Das ist mein erster Silberrömer. So schnell wird auch keiner mehr kommen. Da bin ich mir auch sicher. Sehr schön. Komplett. Der ist auch wenig gelaufen. Vielleicht nur über dem Brenner drüber. Einmal Silber. Ja. 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 Ja.